Hey, hey, ich bin Maria von More Raw Food und heute möchte ich dir die 10 All-Stars in meiner Küche vorstellen. Ich werde immer wieder gefragt, was ich so in meinem Kühlschrank habe oder aber in meinem Obstvorrat. Und das variiert natürlich von Saison zu Saison und ist auch abhängig von der Jahreszeit. Aber es gibt so 10 Sachen, meine sogenannten All-Stars, die ich immer in meiner Küche habe und die du so ziemlich immer bei mir findest, ob nun auf Reisen oder hier zu Hause. Und die möchte ich dir heute mal vorstellen. Also, legen wir gleich los. All-Star Nummer 1, wie sollte es anders sein? Spinat, der Stoff für meine grünen Smoothies. Spinat ist total genial, weil man bekommt den einfach überall auf der Welt. Also ob ich nun hier zu Hause bin oder in einer Weltgeschichte umherreise, Spinat gibt es in so ziemlich jedem Supermarkt. Und Spinat ist total reich an Eisen und ich sage dir, Popeye wüsste schon, was gut ist. Das ist gut für die Bizeps. Ja, Spinat hat ja auch einen super milden Geschmack und macht außerdem jeden grünen Smoothie so richtig schön cremig. All-Star Nummer 2, Brokkoli. Ich liebe Brokkoli. Brokkoli ist total reich an Protein, Eisen und ganz vielen anderen mehr Mineralien und Nährstoffen. Und Brokkoli esse ich meistens eigentlich so, dippe ich den in irgendwelche leckeren Salatdressings oder aber manchmal auch in den Salat. All-Star Nummer 3, Tomaten. Am liebsten mag ich ja diese Harlem Tomatoes oder aber diese Kirschtomaten, weil die sind besonders intensiv im Geschmack. Und die snacke ich zwischendurch, denn das ist meine Art von Schokolade. Und vor allen Dingen so im September, Oktober, wenn hier in Stockholm Bauernmarktzeit ist, dann schmecken die wie Schokolade. Also für mich ist das meine Schokolade. Oder aber ich verarbeite mir die leckeren Tomatensauce oder meinen brokköstlichen Ketchup. Den verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung. Und ja, Tomaten sind also meine Art von Schokolade. All-Star Nummer 4, die Bananen. Die sind zwar jetzt hier noch nicht richtig reif, aber ansonsten sind Bananen total genial. Und vor allen Dingen im Winter sind die ja die Basis für meine grünen Smoothies. Und im Sommer, wie sollte es anders sein, Bananeneis. Wenn du das noch nicht probiert hast, einfach mal ein paar Bananen einfrieren, in den Mixer hauen und schlemmen, bis der Arzt kommt. Bananen sind total genial, weil die sind einfach günstig und die sind auch überall auf der Welt zu finden. All-Star Nummer 5, Avocados. Meine Fettquelle Nummer 1. Mir geht es nämlich nicht so gut, wenn ich Nüsse oder Samen esse. Und deswegen sind Avocados perfekt für mich. Mein Lieblingsrezept mit Avocados ist entweder, ich esse einfach so über einen Salat in Sushi. Aber mein absolutes Lieblingsrezept ist mein Mango-Dressing. Das verlinke ich dir mal, weil das wird durch die Avocados so richtig schön cremig. Und vor allen Dingen auch während der Schwangerschaft und der Stillzeit habe ich ja extra aufgepasst auf mein Omega-3-Niveau. Und da sind Avocados perfekt. An alle schwangeren Mütter. Avocado, Avocado, Avocado. All-Star Nummer 6, die Mangos. Mmh, ich liebe Mangos. Die sind so lecker. Am liebsten in meiner Mango-Creme. Und das Rezept teile ich auch ganz bald. Also bleibt dran dafür. Ich meine, Mangos sind etwas teurer, vor allen Dingen hier in Schweden. Aber ich finde, die sind auf jeden Fall das Geld wert. Und meine Lieblingsrezepte sind wie gesagt Dressings, aber auch für grüne Smoothies. Ja, in meiner Mango-Creme. Oder die Mango-Törtchen. Mmh, die verlinke ich dir auch unbedingt. Ja, also Mangos liebe ich echt über alles. All-Star Nummer 7, Champignons. Champignons sind ja sozusagen mein Brotersatz. Ich nutze sie, wenn ich ja rohköstliche Mini-Pizzen mache oder aber Burger. Ich verlinke dir mal das Rezept auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung und die Mini-Pizzen kommen ganz bald, versprochen. Und am liebsten esse ich Champignons eben wie gesagt eben als Brotersatz in Form von Burgern. Oder aber ich fülle mir die mit irgendwelchen leckeren Cremes oder aber ich dipse einfach nur in Dressings. Und Champignons sind ja auch eine der wenigen Nahrungsmittel, die Vitamin D enthalten. Also, Champignons, mein All-Star Nummer 7. All-Star Nummer 8, Petersilie. Petersilie ist der absolute Kracher. Vor allen Dingen für grüne Smoothies. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Petersilie macht grüne Smoothies so richtig schön cremig. Und das liebe ich. Ich liebe das einfach. Aber ich esse Petersilie natürlich auch in Salaten oder aber als Taboulet esse ich das sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen nach dem Sport. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es so viel Eisen und Protein enthält, aber nach dem Sport kriege ich immer so einen Appetit auf Petersilie. All-Star Nummer 9, Sprossen. Hier habe ich jetzt nur Kichererbsen-Sprossen, aber meine absoluten Lieblinge sind die Alpha-Alpha-Sprossen. Und die sind nämlich super leicht verdaulich und total nährreich. Und Alpha-Alpha-Sprossen machen ja halt auch einfach jedes Essen nochmal schöner. Garnier einfach dein Essen damit und das Auge, ich sag dir, das schlemmt mit. Ja, warum liebe ich Sprossen noch? Weil Sprossen sind so ziemlich das nährreichste und günstigste, was es in der Rohkostwelt gibt, wenn du sie dir selber machst. Und wenn du interessiert bist, wie man Sprossen selber macht, dann schau mal unten in der Videobox vorbei, weil da verlinke ich dir mein Video, wie man Sprossen selber macht. Und All-Star Nummer 10, Kiwis. Ob nun die goldenen oder die grünen, ich mag sie alle. Und Kiwis sind so genial, weil die enthalten einfach alle Vitamine, bis auf Vitamin B12 und Vitamin D. Und die sind eine total gute Notlösung, wenn du jetzt mal einen Tag nicht so viel Rohkost gegessen hast oder mal eine gesunde Vitaminpille brauchst, dann ist so eine Kiwi eine echt super Notlösung. Und Kiwis esse ich ja entweder in Grün-Smoothies, auf Grün-Smoothies zur Dekoration oder aber einfach mal als Snack zwischendurch. Also Kiwis, die perfekte Notlösung für dich. Ja, das sind meine 10 All-Stars, die ich fast immer in meinem Kühlschrank oder meinem Obstvorrat zu Hause habe. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was sind denn deine 10 oder am liebsten, besten All-Stars, die du immer zu Hause hast? Hinterlass mir unbedingt einen Kommentar. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir ein Like. Und wenn du keines der Videos mal verpassen möchtest, dann abonnier unbedingt kostenlos den Kanal. Und ich sage bis ganz bald, lass es rocken, Maria. Hey, hey, ich bin Maria von Moreau Food und heute möchte ich dir 10 Mittagsideen geben, wenn es bei dir mal schnell gehen muss.